Qualitätsprodukte sind kein Zufall. Fruchtbarer Boden, sorgfältige Pflege und professionelle Lagerung bilden die Grundlage für eine unverwechselbare Qualität. Ob beim Einkauf im Frischemarkt oder beim Genießen und Feiern im Café Zapf, ein Stück Natur, das bietet Ihnen die Familie. Auf einer Fläche von über 40 Hektar werden Erdbeeren und Spargel, Äpfel und zahlreiche weitere gesunde Früchte und naturbelassene Agrarprodukte angebaut. Erdbeeren schmecken am besten frisch. Geerntet werden die Erdbeeren von Hand und dann sofort in Schalen aus natürlich atmungsaktivem Material gelegt. Im warmen Klima der Südpfalz gedeiht der Spargel besonders gut und erreicht durch die etwas schweren Böden ein besonders intensives Aroma. 14 verschiedene Apfelsorten wachsen in den Obstanlagen. Ob frisch, säuerlich oder verführerisch süß, ob Lagerapfel oder Backapfel. Sie haben die Wahl. Sie wollen wissen, wo Ihre Lebensmittel herkommen. Als Mitglied der Arbeitsgemeinschaft Integrierter Obstbau Rheinland-Pfalz hat die Familie Zapf sich verpflichtet, alle Richtlinien stets einzuhalten. Entsprechend führen sie das Gütezeichen des Landes Rheinland-Pfalz für kontrolliert, integriert, umweltschonend erzeugte Produkte. Entsprechend führen sie das Gütezeichen des Landes Rheinland-Pfalz. Im neuen Hofladen erhalten sie Spargel und Obst aus eigenem Anbau, Brot und Backwaren aus der eigenen gläsernen Holzofenbäckerei. Dazu eine Vielzahl von Lebensmitteln aus der Region von ausgesuchten Herstellern. Untertitelung des ZDF für funk, 2017